Los! Deutsch brauchst du nicht mehr lernen. Wer soll mich in an Anatolien? Wo du herkommst? Anatolien? Ich komm aus Oberhausen. Mathe? Brauchst du nicht mehr? Normalerweise in der Küche. Das checkst du eh nicht, Georg. Das lineare Algebra. Halt die Fressluten durch! Na, Georg? Wie ich sehe, hast du deine neue Mathe-Nachhilfe-Leckerin Lara schon kennengelernt. Mathe? Nachhilfe? Hä? Hä? Hey! 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 Musik Musik Musik